Ein gesundes Leben – wie geht das? Ich gebe dir hier einen Überblick über die Bausteine deines Lebens, das worum es sich lohnt sich zu kümmern. Und wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ein gesundes, zufriedenes Leben, gründet auf fünf Säulen, hat fünf Dimensionen. Die erste Dimension die körperliche, dazu zählen gute Nährstoffe zum Wachstum und zur Regeneration. Dazu die ausreichenden Mikronährstoffe je nach Belastung, genug Bewegung für deinen Körper und liebevolle Annahme und Pflege deines Körpers, so wie er nun mal ist. Dann die mentale Dimension mit einer aufmerksamen Wahrnehmung, also guten Sinnen. Deinem Gedächtnis, deiner Fähigkeit zu lernen, die Möglichkeit der Problemlösung und Kreativität. Die emotionale Dimension mit allen Gefühlen, die für uns so wichtig sind, wie zum Beispiel Angst und Ekel, genauso wie Freude und Neugier und Trauer und Wut und Liebe. Die energetische Dimension, die haben wir alle, auch wenn viele sie nicht wahrhaben möchten. Alles ist Energie in uns und um uns herum, darum sind wir auch so sensibel dafür. Deine Aura und deine Energiezentren und die Meridian und die spirituelle Dimension. Tief in dir die Glaubenssysteme, Einstellungen, die Werte und das Streben nach Selbstverwirklichung, nach dem tieferen Sinn deines Daseins. Und wenn all deine Säulen ausgewogen aufgebaut sind, dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, mit den Herausforderungen, Veränderungen, Höhen und Tiefen deines Lebens zurechtzukommen und trotz allem, was passieren kann, glücklich, gesund und zufrieden zu sein. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020